flugzeug wieder bereit noch nicht aber spiel mal mit dem hier eine p12 komm fang an zu zählen jawohl 30 das schöne an oben beta ist dass es noch nicht so viele leute gibt die über ausgerichtet sind und dass der unterschied zwischen den flugzeug noch nicht so groß ist hier lauter level 1 flugzeugen oder tier 1 flugzeuge und gerade mal zwei oder drei tier 2 flugzeuge da kann man auch schön mithalten so bringen mich zu den gegnern was war das von wem wurde es nur angeschossen das war heftig so man muss immer schauen dass man den kreis ungefähr erwischt das war gut so wo bin ich wo will ich hin ich bin schon fast außerhalb des spielfeldes so hier muss gleich ein gegner kommen ne der ist verschwunden ich will aber auch nicht meinen boost jetzt auf brauchen ich höre schießerei aber ich sehe keinen ja ich fliege da drauf zu aber ich sehe ihn nicht wo denn da nehmen wir halt bodenziele habe ich Bomben? nein ja ich bin ja schon weg da ist wieder ein flugzeug ich habe es gesehen ja jetzt machen wir einen boost an sonst kommen die anderen vor motor überhitzt boost kann nicht aktiviert werden wir haben es dann so gewonnen aber ich vermisse diese Endseite wo steht so viel getroffen so viel erledigt und so weiter das ist nicht das was ich will ne 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 Meldung Reparatur Sieg also bei World of Tanks hat man ja am Schluss so eine Meldung ähm so viel gesichtet so viel getroffen so viel beteiligt und so weiter ab ins Gefecht mit dir ja 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 ja